willkommen zu einem neuen erfolgsvideo und zwar diesmal geht es um den rat der ältesten dem dritten boss im thron des donners der erfolg ist nicht wirklich schwer es gibt nur eine sache die ihr beachten müsst das zeige ich euch einmal im video und zwar braucht ihr beim boss gar nicht viel beachten ihr müsst einfach innerhalb dieses rings bleiben den ich euch da angezeichnet habe ihr könnt eure taktik ganz normal spielen wie vorher auch ihr dürft halt nur nicht außerhalb dieses dunkelgrauen dicken ring ist da sein das heißt innerhalb dieser dieser roten markierung könnt ihr ganz normal eure taktik spielen je nachdem wie euer gear ist oder halt auch bomben wie wir mehr das macht im hc oder nac ist völlig egal hauptsache bleibt innerhalb dieses kreis ist also nicht wirklich der rede wert diesen diesen erfolg zu machen ich wollte nur mal kurz erwähnen weil viele fragen die wussten nicht genau welcher kreis gemeint ist ob dieser äußere kreis oder der innere kreis gemeint ist ja genau dieser von daher haut da rein wir sehen uns